Wow, hast du lange genug? Nein, nicht du, der andere... Vergiss es! Nichts besseres in VR als den guten Shops immer leider. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Ich habe das Ganze ein bisschen improvisiert mit der ganzen Mikrofongeschichte. Ja, und genau dazu melde ich mich jetzt mal ganz kurz aus dem Schnitt nochmal. Das Ganze mit dem Mikrofon ist eine etwas wilde Angelegenheit oder Sache. Also wildes nicht. Ich habe meine alte Ansteckmikrofone gefunden, die irgendwie an das Hesse herangepappt. Aber das funktioniert irgendwie. Leider ist die Tonqualität nicht mehr die beste. Aber ihr hört mich zumindest. Zudem hatte ich in OBS kleinere Probleme, wodurch ich vergessen habe, die Audiospuren richtig einzustellen. Sprich, ich habe nicht mehr zwei Verbrater, sondern jetzt einfach eine. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Ganze irgendwie so funktioniert, wie ich mir das dachte. Und falls ich in dieser Folge nicht so motiviert klinge, liegt es vielleicht daran, dass ich auch jetzt noch leicht krank bin. Und auch damals da leicht krank war. Und es, ja, sehr spät Abend war. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, wir sollen hier seine Karte nehmen. Okay. Warum holst du eine von den Jobkarträgen aus der Tafel und starten? Und dann habe ich angefangen. 101 Jobstreet. Jetzt wieder Abend. Stalkler klingt doch gut. Oder? Klingt gut? Danke, Human! Kann ich noch einen? Gib mir das wieder. So. Was ist denn hier eigentlich? Hologramm 3000 und da? Ja. Jo. Du sagst es. Äh. Okay, jetzt. Ah. Aha, so geht das. Okay. Da sind wir dann. Gut. Hebel ziehen. Hold on there. You gotta know how to get back here. You don't want to get lost in a virtual reality. Hit the menu button to come back. Try it now. Äh, siehst du hier, glaube ich. Time to job. Hallo, Human! Willkommen zu einer konkurten Simulation von... Convenience-Store-Clerk. Nein. Schau auf dieses Board für Instruktionen. Und krieg ein Ticket, wenn du bereit bist, zu beginnen. Aber Elfilabs. Let's open up this Shop. You can start by cleaning off your counter. Hey, das ist Müll. Okay. Du bist wie es farsch. So cool. You also want to turn on the security camera. So you can keep an eye on the store. Ich glaube, ich bin nicht der einzige, der nebengeworfen hat immer. Security camera. Das ist das Ding, ne? Nee. Oh, schön warm. Ja. Ich geh noch... Oh. Wir sind wieder unsichtbar. Finde ich toll. Kann man mein Handy sehen? Ah, meine Hände kann man... Meine Hände kann man sehen. Okay. Äh, wow, wow, wow. So hier. Also. Nächste. Nächste Aufgabe. All right. Let's get to business. Here's your first customer. Moin. Good afternoon, Human. I would like to purchase these... Chips. Was ist denn hier gekauft? Triangles. Boah. Unschauerfeuerlichkeit, ich kann doch sagen. Hallo Sims. Sim-Karten? Ernsthaft? Wie gibt es? Ich hab noch nicht gescannt. Okay. So mit Inhaltsstoffen. Kann ich noch einen von diesen Fleischkirchen nehmen, bitte? Die Hände sind in der Fräse. Sicher, dass du sie aufhörst. Dann hat man ein wenig. Äh, Fräse. Oh, was ist hier? Hier ist irgendwie... Ah, hier ist mein Tisch, okay. Tisch Nummer 2 ist da. Äh. Friesen. Wir müssen warten bis sie auftauchen. Wo sind die Brötchen? Ah, hier. Waren's. Waren wir das auch schon mal warm hier. Das ist doch geil. Hier ist... Okay, den muss ich jetzt einfach hier drauflegen. Ein bisschen drehen, ein bisschen wenden. So schön werden. Hm, das sieht... Acceptable. Hurry up and standen das, so ich kann schon essen gehen. Hier, der grieße Sampf. Wieso bist du verbrannt? Oh, da ist noch Sampf drauf. Wieso ist jetzt der verbrannt? Der weiß ja nicht warum. Oh Gott. Bist du mal aufruhen? Warte mal aufruhen... Warte mal aufruhen. Warte mal aufruhen? Warte mal aufruhen. Bist du das Hottog zu mir, Mensch? Warte mal aufruhen. Hm, stimmt, es gibt keine Angestellte mehr, die jemand bezahlen muss. Warte mal aufruhen. Danke, Übergang. Um eine Verkaufsendung zu erfolgen, zieh den Leeper auf den Registern. Okay, hier ist deine Papierkarte. Nicht vergessen, die Veränderung anzunehmen! Wie ist das mit dem Tüttel? Auf einen profitierenden Tag! Ich habe keine Chips gekauft. Achtung, heiß! 99 Cent von Schlossi? Von Schlossi? Es war wichtig, dass die Verkaufsendungen wie diese eine konstante Reihe von Kunden behaupten, damit die Verkaufsendungen nicht Zeit haben, um ihre schnellste Entschließung zu betrachten. WELL, HELLO! Ich wollte das Simulatum spielen und nicht mehr aufgeben. Oh, mein Ketchup ist ungefahren! Oh, lecker! Ist doch müßig! Das ist nur... Machen wir wieder! Würde schön! Schön, voll so gut! Oh, oh, jetzt habe ich mein Mikrofon abgerissen! Oh ne, ist es noch dran? Wo ist mein Ketchup hin? Hallo? Ketchup? Warte! 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 Vielleicht bin Harry Potter! Oh, guck mal! Opa! Muss mich nicht pücken! Na ja... Lats'n'Boutes! 99 Cent, Alter! Wo leben wir denn bei? Ah, ja! Ja, viel besser! Ich nehme eine dieser frozen slushy Delights! Ich bin das grau! Aber du zeigst blau an! Nehmen wir blau! Jumbo? Wo ist ein Jumbo? Was ist denn das für ein Viech? Oh, ich liebe den Zutaten von Zucker! Oh, du bist sehr gut am Scanning! Würdest du das an mir passen? Du bist sehr gut am Scanning! Er ist selber ausgelöst. Ja. Und hier sind einige Banknoten für dich! Keep the change, good human! Ja. Ciao, ciao! Ich habe mich verarschen. Ich kann... Ich bin ja reich, Alter! Was passiert hier? Wiege-special! Random number oder was? Und hier? Wie weit kann das gehen? Na gut, war klar! Free... Und das kann... Okay. Ich muss das wieder auf dem Hotelzahn machen. Was ist das hier eigentlich? Was bist denn du? Nudels! Ich kann Nudeln machen. Achso, ja. Ich nehme eine Papier-Kopie von jemals News. 50! Oh. Flüssige Copy Edition. Ich habe da mal eine Frage. Wie machst du dich überhaupt auf? Weil ich habe Hände. Bitte? Und äh, ich nehme mein tägliches Lotterie-Ticket auch! Lotterie-Ticket? Oh. 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 Alles schön. Welches denn? Das muss man am meisten gewinnen können. Zu. Oh, mein Lieber. Ich fühle mich heute ein bisschen fein, Lieberi. Du denkst, dass du das Lotterie-Ticket für mich würdest? Du kannst meine Quartier-Ticket benutzen. Oh mein! Nein! Granny wird einen neuen Ramm verkaufen. Ja. Ja. Äh. Ja. Ja. 6,990. Oh, hier. Oh, hier. Let me just write you a check for those. There we are. Amount. Däuner, Däuner, Däuner. Find ich gut. Däuner, Däuner, Däuner. Wollen wir die Künstler? Hau ein schöner Tag. Du bist ein schöner Tag. Wie? Ja, Brun. Es ist ein schöner Markt. Sie sind mir so verrückt. Sie sind mir schritten, wie ich bin verrückt. Sie wissen? Äh. Was bist du? Nein, nein, ich spreche mit dir. Nein, du! Ja, du! Hast du das Hotdog schon? Ja, 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 ja. Ja, ich höre dich, Mann. Ja, ja. Ja, ich spreche mit dir. Nein? Ja, ja, ja. Leck dein Scheiß-Handy weg. So, jetzt nehmen wir die Albu vom Drillen? Es ist nicht mein First Job. Ich spreche mit dir! Ja? Ja? Ah! Äh, nein, das ist der. Äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, wenn du so unhöflich bist. Wo ist der? Okumi? Virusfreie Hand. Wow, hast du genug gedauert? Nein, nicht du, der andere... Vergiss es. Das macht dann einmal 99.99. Some people just don't know how to listen. Am I right? Yeah. No. You. No. I'm talking to you, bro. Was für die Straße.